In heutigem Video werde ich wieder mit dem Gast 13. Böhm machen, los geht's! Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video und mein Name ist der Kinoz Nadidas, ich bin schon YouTuber und heute habe ich einen Gast, er hat, er wartet schon auf euch. Los! Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem Video. Diesen Video werde ich heute machen mit meinem Freund Aki. Hallo Aki. Ja, genau. Und wir haben gedacht, heute machen wir wieder Kollegen gereden mit Aki. Geh Aki nochmal? Genau. Und wir machen jetzt. Bist du bereit Aki? Ja und vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, falls ihr ihn noch nicht gemacht habt. Genau Leute. Abonniert, Like geben, abonniert den Kanal. Familien. Ich kann euch meinen Kanal schicken, dann wisst ihr welchen Kanal ich meine. Genau Leute. Mein Kanal heißt Filma QS. Es. So. Sag egal. So. Jetzt geht's los. Wo soll ich aufhören? Warum soll ich aufhören du kleine Penner, he? Selber. Selberleite. Puh. Selberleite. Wir streiten nicht echt, Freunde. Ja, okay. So Leute, wir spielen. Oh, okay. Okay, der kann jetzt was sagen. Ich muss kurz jemanden anschreiben. Ja, okay. Ich muss kurz einigen tun. Ja, okay. Ah, Freunde. Wenn ihr ein ... Wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir mal die Hashtag firmaquartess unten in die Kommentare. Genau, Leute. Warum geht's dir nicht gut? B3 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 Okay. B3 B5 B3 B6 B3 B3 B4 D8 dass ich nicht an einem Video aufnehmen muss wisst ihr? ich bin dabei weil ich 10. Böhm witzig aufgenommen habe also auf 10. Böhm habe ich laut geschrien oben rechts findet ihr den witzigen Video genau abonniert den Kanal kommentare überschreiben und freunde links was ihr und dieses 10. Böhm könnt ihr gerne mit euren Freunden auf WhatsApp teilen oder Insta oder so und so weiter und das ist der Link und das ist und das und das muss der Link sein das ist der blaue Link den ich geschickt habe wenn genau und heute wenn ihr jetzt hier klickt dann kommt auf das Video sitz dich warte was wir was wir was wir verstanden den auf englisch heißt apple dann das heißt apple ok ja jetzt 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 schon mal viel besser also wenn ich Was ist das denn? Ich bin für die Brüse nicht. Leute, wenn ihr Türken seid, dann begrüßt's so, Salam alaikum. Alaykum salam. Ganz richtig. Denn ich bin Türke und der Gast. Nein, genau. Ich bin Besiktas-Fan, er ist Galatasaray-Fan. Richtig? Genau, ja, genau. Er hat auch schon FIFA 21 für PlayStation 4. Genau. Ich habe auf dem Werbung FIFA 21, ich gebe es auch für gleichzeichen 5. Genau, Leute. Wenn ihr mit Mustafa in Fortnite spielen wollt, dann müsst ihr, das könnt ihr nur machen, wenn ihr ihn ge-add-addet. Äh, ge-add-addet. Genau, Leute. Also, wenn ihr ihn addet. Ihr könnt mich adden in Fortnite, ich schick's in den Kommentaren euer Epic-Name. Genau. Und, und, ja. Freunde, ich habe gedacht, wir können ein bisschen Roblox spielen. Heide. Freunde, ich werde jetzt mit meinem Gast Roblox spielen. Heide, let's go. Heide, let's go. Ich spiele auf meinem Handy. Ich war auf dem PC. Was zum bespielen? Ja, was zum bespielen? Ähm, Parkour. Was? Parkour? Heide, let's go. Wir können Parkour spielen. Jep. Heide, let's go, Freunde. Warte, ich suche es aus. Mhm. Freunde? Dings. Wenn ihr YouTuber sein wollt, müsst ihr ganz, 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 ganz viel in der Schule lernen. Genau. Und, ihr müsst schaffen, äh, wenn ihr bei YouTuber-Beruf teilgenommen wird, dann dürft ihr YouTube-Videos drehen, schneiden und so weiter. Genau, Leute. Achtet euch euer Recht. Gut, Achtet euch, ich hab dir geschickt. Oh, Heide, let's go, Bruder. Let's go, let's go. Heide, Len. Ne, du, Len. Wer, ich? Ja, du? Was soll ich da? Mach doch gar nicht schlau. Heide, Len, let's go. Oh, Gott. Schade. Freunde, das ist ein bisschen schwierig. Ja? Ja, genau, Leute. Jetzt, hier muss man ganz vorsichtig sein. Oh, Schade. Wo bist du, Len? Warte auf mich. Warte doch. Du bist zu schnell. Kann ich nicht. Ja, ich hab dich. Ich hab dich. Ja, ich hab dich. Scheiße. Ich muss wieder. Scheiße. Warte doch auf mich, Mann. Okay, okay. Keine Sorge. Bin schon da. Hi. Hi. Haha. Freunde. Warte auf mich, ähm. Okay, warte auf mich. Ich warte auf dich, Bruder, ja. Geh du erst. Okay, ich warte auf dich. Oder du kannst schon mal weitergehen. Ich komm schon da. Okay. Oh, pass auf. Oh, das ist einfach nicht. Ich mach mal ein bisschen besser. Was ist das so aus? Aber, das ist das, diese Mensch macht mich gleich böse. Ich war ganz gut aus. Abonnier den Kanal, Leute. Das ist so glücklich. Langsam. Kommst du, Arake? Ja, warte, wo du bist. Ich muss mal vorsichtig sein. Und ich bin hier unten. Ja, warte doch auf mich. Komm doch. Okay. Geh dich bitte nicht, geh nicht, geh nicht, geh nicht, bitte, geh nicht. Ich kann gar nicht, ey. Du weißt schon, dass Ege türkisch ist, oder? Wer ist Türke? Ege, Ege. Du weißt doch, Ege. Ja, natürlich. Ja, natürlich, Leute. Du kennst ihn doch, oder? Ja, natürlich. Ja, der kann auch türkisch sein. Er ruft da wieder an. Geh nicht bitte, nein. Warte, ich rei... Er ruft dich an. Ege, warum? Geh nicht bitte, geh nicht. Ich schreibe ihn kurz. Geh nicht, ich schreibe ihn kurz, oder? Ach, das stimmt. Okay, ich bin, ich bin vorne, komm schnell. Ja, wo bist du? Ich bin, ich warte auf dich jetzt hier. Spring da. Ja, super. Ich komm schon, Bruder, ja. Langsam. Alles gut, weiter geht's. Oh, schluck, geht. So schön zielen. Jetzt. Oh, geschafft. Wo bist du, Bruder? Ich komme, bin ganz... Ich komme, gehe gerade hoch. Oh, dein Ernst ist... Okay, ich warte auf dich hier. Gut. Bitte nicht, die blaue, die roten nicht... Bitte nicht weg. Berühren. Berühren, genau. Ja, okay, super. Komm oben. Wie, komm oben? Du musst oben kommen. Oh. Bitte nicht, diese rote Berührer, Kind. Das ist nicht so. Ja. Diese rote, bitte. Die musst du nicht berühren. Ich versuch... Oh, ich versuchte hier. Wenn du rote Berührer hast, dann bist du tot. Ich versuchte hier. Ja, ok, warte. Aiken, kannst du es schaffen? Fast habe ich es geschafft. Ich komme kurz. Warte, kurz. Aiken, da bist du! Aiken! 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 kann ich spielen also ich bin ich jetzt bin ich scheiße ich hab dich verlassen ich komme nicht zurück wo bist du in dem Spiel drin ja ich bin schon drinnen oh scheiße du scheiße wie soll ich mich verlassen was ist das man ja du keine ahnung ich rieche was anderes aus das macht mir auch nicht Spaß okay gut das da ich bin im Spiegel was ist das für ein Spiel auch ähm das ist oh wie das ist so rot das ist so rot das ist so heute ich werde das Video gehen eine Stunde und und da ist 40 Minuten oder so aber schnell da bist du grad ja welch nebel ach man geht nicht ich bin da und jetzt das geht nicht das geht nicht wollen wir ein Video machen ja okay 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 jetzt go wieso rufen die mich schon wieder an ich habe ich ich rufe die später ich habe gesagt ich rufe die später ach 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 das etwas ja wieder da ja ich rufe ich rufe die 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 warte ich mache ein neun das ist dann geiler ok yep das ist dann geiler wie ist das das ist dann geiler und ich rufe die 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 das 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 ist das das ich schickte doch gleich warte Ich muss essen, okay, bis gleich. Okay. Dann bis gleich. So, Freunde, ich muss das Video weiter beenden. Ich würde sagen, abonniert, abonniert, jetzt ist in Kanada.